Willkommen beim ADAC-Fahrbericht. Heute mit dem neuen Cupra Terramar. Der Terramar wird von Cupra selbst als sportliches SUV definiert und soll die Modellpalette kompletieren. Wir wollen heute mal schauen, wie viel Sportlichkeit in diesem Cupra Terramar tatsächlich steckt. Wir fahren ihn als Plug-in-Hybrid. Deswegen reden wir natürlich über den Antriebsstrang. Wir reden auch über das Thema Verbrauch, sprechen aber auch über allgemeine Themen, wie zum Beispiel das Design. Wir sprechen über die Ausstattung, die Preise, das Interior. Wir reden über die Assistenzsysteme und das Infotainment, das Platzangebot, den Fahrkomfort und vieles, vieles mehr. Solltet ihr noch Fragen zum Fahrzeug haben, dann schreibt bitte einfach einen Kommentar. Aber jetzt bleibt dran, denn jetzt geht es ab auf die Straße im neuen Cupra Terramar. Unser Testwagen wird angetrieben als Plug-in-Hybrid von einem 1,5 Liter Benzinmotor. Und der leistet hier 130 kW bzw. 177 PS. Wird aber unterstützt von einem 85 kW starken E-Motor. Und damit gibt Cupra die Systemleistung an mit 200 kW bzw. 272 PS. Und das System soll uns zudem 400 Newtonmeter maximales Drehmoment liefern. Die Kraft wird übertragen über ein sechsstufiges Doppelkupplungsgetriebe und zwar auf die Vorderräder. Und so ausgestattet soll unser Terramar in 7,3 Sekunden von 0 auf 100 km pro Stunde beschleunigen. Und die Höchstgeschwindigkeit wird angegeben mit 215 km pro Stunde. Trotz dieser Leistungswerte sagt Cupra, wir sollen einen Verbrauch haben von 0,4 bis 0,5 Liter je 100 gefahrene Kilometer plus 17,6 bis 19 Kilowattstunden je 100 gefahrene Kilometer. Aber was unser Fahrzeug tatsächlich verbraucht bzw. was es anzeigt, dass es verbraucht, das schauen wir uns zum Ende unserer Probefahrt nochmals an. Unser Cupra Terramar ist 1,87 Meter breit. Das ist für die Klasse nicht ungewöhnlich. Wenn wir uns die Front anschauen, sehen wir sofort, wir fahren ein Cupra. Denn wir haben eine Motorhaube, die ist schön weit nach unten gezogen. Hat hier natürlich das große kupferfarbene Cupra-Logo. Dann haben wir hier noch die Powerdoms, die dem Wagen vorne einfach ein bisschen Kraft geben. Und was mir gut gefällt, das zieht sich vorne alles zusammen und das geht hier runter in die leicht unterschnittene Nase. Das sorgt für ein bisschen mehr Dynamik. Dann haben wir hier einen großen Lufteinlass mit der Frontkamera. Ein Teil, der geschlossen ist und darunter wieder einen großen Lufteinlass. Diese beiden Teile komplett in Kontrastfarbe. Damit wirkt er von vorne offen und ziemlich aggressiv. Und das wird auch nochmal unterstützt durch die sehr schön schmal gestalteten Scheinwerfer. Die sind hier vorne wieder leicht unterschnitten. Auch das kennen wir von Cupra. Die sind übrigens in der Basis bereits in LED ausgeführt. Optional gibt es auch Matrix-LED-Licht. Und wir haben natürlich das neue Tagfahrlicht mit diesen dreieckigen Elementen. Schauen wir weiter runter. Haben wir hier noch die Nebelscheinwerfer. Auch hier wieder die Einlässe mit dem äußeren Lufteinlass in der Kontrastfarbe. Und damit einen sehr schönen Stand von vorne. Das wird auch hier nochmal durch diese scharfe Abrisskante unterstützt. Wenn wir an die Seite gehen, da gibt es in der Basis schon 18 Zoll Alu-Räder. Bis zu 20 Zöller kann man bestellen. Die haben wir hier auch drauf. Ich finde, die sollten es sein. Die geben dem Auto von der Seite einfach den besseren, den sportlicheren Look. Insgesamt ist unser Cupra Terramar 4,52 Meter lang. Hat einen Radstand von 2,68 Meter und eine Höhe von 1,59 Meter. Für das Segment als SUV, wie ich finde, ein vernünftiges Maß. Und wenn wir uns die Proportionen anschauen. Wir haben eine relativ lange Motorhaube. Wir haben eine flache Frontscheibe. Eine Dachlinie, die schön gerade durchläuft. Hier nur leicht hinten abfällt. Und dann hier beim großen Dachkantenspoiler mit den seitlichen Flaps endet. Und hier kommt auch so ein bisschen diese Coupé-haftere Form raus. Das sieht man gerade, wenn wir uns eben die Linie hier über dem Rathaus anschauen. Das zieht sich so ein bisschen zusammen. Gibt dem Auto da einfach zusätzliche Dynamik. Ansonsten gibt es an der Seite nicht viel zu erzählen. Außer, dass wir hier unten nochmal die Schweller an der Seite haben. Eher ein bisschen dezent, aber es gibt trotzdem Kraft. Wir haben die Außenspiegelkappen bei uns wieder in der Kontrastfarbe. Auch das hebt sich nochmal ein bisschen ab. Und wir haben bei uns natürlich ab der B-Säule abgedunkelte Seitenscheiben. Und die Dachreling hier in glänzendem Schwarz. Alles schöne Akzente, die das Auto einfach nochmal aufwerten. Wenn wir ins Heck schauen, wie schon gesagt, oben der große Dachkantenspoiler. Dann eine fast schwarz getönte Heckscheibe. Und dann hier, typisch für die neuen Coupa-Modelle, der durchgehende Lichtleiter mit dem beleuchteten Coupa-Logo am Heckdeckel. Und natürlich die Rückleuchtung in LED ausgeführt. Das Ganze auch hier wieder leicht unterschnitten. Und das gibt dem Auto da auch nochmal zusätzliche Dynamik. Und der große Coupa-Schiffszug in Kupfer darf natürlich nicht fehlen. Gehen wir weiter runter, haben wir wieder Wagenfarbe unten, Kontrastfarbe, glänzende Schwarz. Und dann wieder wie vorne auch schon in diesem Grauton einen Heckdiffusor mit angedeuteten Endrohren. Aber das sind leider nur Fake-Endrohre. Nichtsdestotrotz verfehlt das seine Wirkung nicht. Und ich finde, der neue Terramar, der steht so da, wie man es von einem Coupa als SUV erwarten darf. Aber wie gefällt euch das Design? Ist das eine Optik, die euch anspricht oder eher nicht? Schreibt doch mal einen Kommentar, damit wir alle wissen, was ihr vom Terramar so haltet. Im Innenraum unseres Coupa finde ich einen wirklich interessanten Materialmix. Schaue ich mir zum Beispiel die Tür an. Da habe ich hier im oberen Bereich Soft-Touch. Auch im inneren Bereich hier oben noch Soft-Touch. Und dann gibt es hier aber so eine Strebe bis hin zum Türöffner. Das Ganze ist in der Kupferoptik gearbeitet. Darunter habe ich immer noch eine weiche Oberfläche. Und auch hier innerhalb des Bereichs, wo der Türgriff ist, da finde ich dann Kunststoff. Der Türgriff selber ist bespannt. Und das gilt auch für die Armauflage. Die ist ebenfalls weich. Und unten bei den Ablagen, da finde ich dann natürlich wieder Hartplastik. Das Armaturenbrett, das ist großflächig Soft-Touch. Davor gibt es einen Bereich, das ist ein Kunststoffelement. Das ist leicht strukturiert, macht einen guten Eindruck. Und das geht auch über die ganze Fahrzeugbreite bis nach außen in die Lüfter. Und da haben wir übrigens in den Lüfter nochmal so ein kupferfarbenes Element. Finde ich gut. Ist typisch Cupra. Weiter vorne gibt es dann auch wieder einen Bereich, der über die ganze Fahrzeugbreite geht. Das ist wieder Soft-Touch. Und unten beim Armaturenbrett, da finden wir dann Hartplastik. In der Mitte haben wir an der Seite Soft-Touch. Aber oben diese Spange, die zwar sehr stylisch aussieht. Die ist wieder Kunststoff, genau wie das Material hier vorne oberhalb vom Handschuhfach. Und dann gibt es nochmal so kleine Rahmen um die Bedienelemente in der Mittelkonsole. Und auch hier um den Bereich der Becherhalter. Schauen wir uns das Lenkrad an. Da haben wir einen sehr schön weichen Lenkradkranz. Wir haben eine sauber gearbeitete Ziernaht. Und natürlich in Kupferfarben. In der Mitte des Lenkrads groß das Cupra-Logo. Rechts und links davon die Bedienelemente auf mattem Schwarz. Aber auch hier zwei so kupferfarbene Streben. Und dann haben wir unten nochmal bei den Satelliten, bei diesen Bedienelementen, auch da drumherum nochmal Rahmen ebenfalls in Kupfer gehalten. Und damit macht das Lenkrad einen richtig guten Eindruck. Die Sitze sind bei uns Ton in Ton gehalten. Denn wir haben eine Lederausstattung an Bord. Sind aber sehr schön gearbeitet. Machen wirklich einen guten Eindruck. Und das gilt vor allen Dingen auch für den Bereich hier oben bei der Kopfstütze mit diesem kupferfarbenen Element. Das ist nochmal so ein kleiner Hingucker. Und damit finde ich, dass dieser Innenraum wirklich gut zu diesem Cupra Terramar passt. Das sind moderne Materialien, gut verarbeitet. Und das macht alles einen wirklich wertigen und trotzdem stylischen Eindruck. Zur Markteinführung wird es für den Cupra Terramar bei uns drei unterschiedliche Motorisierungen geben. Den Anfang macht hier ein 1,5 Liter ETSI. Das heißt, wir reden hier über den Benzinmotor als Mildhybrid. Und der leistet maximal dann 150 PS. Und das Fahrzeug ist übrigens frontgetrieben. Dann wird es noch einen 2 Liter TSI geben. Da habt ihr bis zu 265 PS maximale Leistung. Und das Fahrzeug bietet Allradantrieb. Übrigens haben beide TSI-Modelle immer ein siebenstufiges Doppelkuppungsgetriebe an Bord. Dann gibt es noch unseren hier. Das ist der 1,5 Liter E-Hybrid. Und hier haben wir in der Basis einen 1,5 Liter Benziner mit 177 PS maximaler Leistung. Der aber unterstützt wird von einem 85 kW starken E-Motor. Und damit haben wir hier eine angegeben Systemleistung von bis zu 272 PS. Übrigens auch hier wieder Frontantrieb. Allerdings nur ein sechsstufiges DSG. Wichtig ist noch zu wissen, dass diese Plug-in-Hybride hier über 100 Kilometer rein elektrisch fahren sollen. Und von denen soll es auch noch einen mehr geben. Denn es soll folgen ein schwächerer Plug-in-Hybrid mit nur 204 PS Systemleistung. Und es soll auch noch ein 2 Liter TSI folgen, der dann auch 204 PS maximale Leistung bietet. Zur Basisausstattung im Terramar gehören unter anderem Dinge wie eine Klimatronik, das Multifunktionslenkrad. Es gibt hier die Sportsitze, aber zum Beispiel auch das volldigitale Cockpit, das große Touchscreen fürs Infotainment. Es gibt eine induktive Ladeschale oder aber auch Apple CarPlay, Android Auto und digitales Radio. All diese Dinge gehören im Fahrzeug zum Basisumfang. Man kann natürlich mehr bekommen und das geht über Ausstattungspakete, höhere Ausstattung oder auch Einzeloptionen. Und das sind dann Sachen wie zum Beispiel ein adaptives Fahrwerk. Es gibt für das Fahrzeug auf Wunsch Dinge wie ein großes Panorama-Glasdach. Man kann hier aber zum Beispiel auch eine Sennheiser Audioanlage bestellen oder aber beheizbare Vordersitze, die elektrisch verstellbar sind inklusive Memory-Funktion. Eine Anhängerkupplung wäre eine andere Option. Es gibt noch reichlich weitere Dinge, die man dazu bestellen kann, um diesen Terramar eben den eigenen Wünschen entsprechend anzupassen bzw. aufzuwerten. Leider muss man eben für diese Extras dann auch extra bezahlen. Jetzt schauen wir mal, was wir hier zum Thema Infotainment und Cockpit geboten kriegen. Vor uns finden wir immer ein 10,25 Zoll großes voll digitales Cockpit. Das empfängt uns mit einer Standardansicht mit zwei angedeuteten Rundinstrumenten. In der Mitte gibt es noch Zusatzinformationen, aber wir haben die Möglichkeit, das Ganze anzupassen. Ich kann die Informationen in der Mitte anpassen, kann mir da unterschiedlichste Dinge anzeigen lassen, kann aber, wenn ich möchte, auch das gesamte Layout ändern und kann zum Beispiel hier einfach auf die View-Taste drücken und dann sehe ich weniger Rundinstrumente, mehr Informationen in der Mitte oder keine Rundinstrumente oder aber, meine Lieblingsansicht, der große Drehzahlmesser in der Mitte passt für mich am besten zum Cupra. Aber auch rechts und links könnte ich die Informationen noch anpassen, die dort zusätzlich eingeblendet werden. Darüber hinaus haben wir bei uns mit an Bord das Head-Up-Display und das bietet mir alle wichtigen Fahrdaten sauber vor mich auf die Straße projiziert. Und dazu gehören natürlich Dinge wie die Geschwindigkeit, wie Informationen aus den Assistenz- und Sicherheitssystemen, Informationen aus der Verkehrszeichenkennung, aber auch Informationen aus dem Thema Navigation werden dort natürlich vernünftig dargestellt. In der Mitte finden wir in der Basis schon einen 12,9 Zoll großen Touchscreen und der empfängt uns mit einem klassischen Startbildschirm, mit der großen Karte, mit zwei Einklinkern hier. Und was mir gut gefällt, wir können anpassen, was wir hier sehen wollen. Das heißt, wir können auch diesen Startbildschirm komplett auf unsere Wünsche anpassen, sodass wir immer genau das im Blick haben, was uns während der Fahrt wichtig ist. Zusätzlich können wir dafür sorgen, dass wir an manche Dinge, die uns wichtig sind, aber vielleicht in der zweiten Reihe stehen, auch schnell rankommen, weil wir auch diese Bereiche hier oben individualisieren können. Das heißt, ich drücke hier einfach länger drauf und dann kann ich mir zum Ausstieg aussuchen, dass ich dort eben vielleicht lieber das Thema Navigation sehen möchte, als das Thema Fahrdaten, Fahrprofile oder ähnliches. Also alles das kann ich mal eben dort oben reinpacken, sodass ich schnell an die Dinge herankomme, die ich regelmäßig brauche. Wir fahren Elektrofahrzeug und deswegen gibt es hier auch dieses Icon und dahinter verbirgt sich alles zum Thema elektrischer bzw. Hybridantrieb oder wir können das Thema Laden verändern. Wir können nämlich zum Beispiel sagen, wir möchten die maximale Ladehöhe oder den Ladestand unserer Batterie anpassen. Wir können hier Informationen zum Energiefluss abrufen oder zur elektrischen Reichweite. Und dann gibt es hier noch die Möglichkeit der Einstellung und da können wir zum Beispiel den Ladewechselsturm reduzieren oder ähnliches. Und so haben wir auch in diesem Bereich wirklich alles, was wir für das Fahrzeug aktuell brauchen. Dann gibt es aber noch diesen Button und dahinter verbirgt sich alles, was unser Fahrzeug anbietet. Das sind eine Menge Funktionalitäten, eine Menge Informationsquellen und eine, die immer mit an Bord ist. Das ist Apple CarPlay genauso wie Android Auto. Das Ganze kabellos, funktioniert wirklich pfeilschnell, wie man gerade sieht. Und es ist absolut klasse, dass ich mich gar nicht darum kümmern muss, denn ich brauche kein Kabel mehr, weil das funktioniert kabellos und eine induktive Ladeschale gehört auch zum Serienumfang. Damit ist das wirklich vernünftig abgebildet. Außerdem können wir natürlich die Fahrzeugeinstellungen vornehmen und die sind unterschiedlich aufgebaut. Wir haben einmal hier den Bereich der Assistenten. Auch da gibt es immer noch in diesen Gruppen Unterbereiche, sodass wir hier wirklich alles auf unsere Wünsche anpassen können. Wir haben den Bereich der Fahrzeugeinstellungen aufgeteilt nach Außeninformationen oder Einstellungen und nach dem Bereich Innen optisch vernünftig dargestellt, sodass das absolut intuitiv und wirklich schnell bedienbar ist. Dann gibt es noch den Fahrzeugstatus. Alles okay bei uns. Und es gibt noch die Fahrdaten aufgeteilt nach Start, Langzeit oder Abtanken. Und damit haben wir auch da alle Informationen wirklich vernünftig und schnell im Blick. Und auch das, wie gesagt, funktioniert alles gut. Und ihr könnt sehen, da ist einiges, was man hier an Bedienungen und Einstellungen vornehmen kann. Was mir außerdem auch gut gefällt, das ist das hier. Einfach nach unten wischen. Und da habt ihr die wichtigsten Dinge, die ihr mal eben vielleicht mal kurz ein- oder ausschalten wollt. Unter anderem vielleicht das hier. Denn das wäre die Warnung für das etwas zu schnelle Fahren. Das kann hier und da dann doch ein kleines bisschen nervig sein, wenn das permanent an ist. Geht aber hier, wie gesagt, pfeilschnell. Und das gilt für das ganze System. Das ist alles flott. Man muss nirgendwo warten. Es gibt viele Informationen. Man kann es schön individualisieren. Es ist komplett intuitiv bedienbar. Und hat während unserer Fahrt wirklich gut funktioniert. Unser Terramar hat ein angegebenes Leergewicht von rund 1,9 Tonnen. Ist damit nicht super leicht. Aber wir haben ja 272 PS Systemleistung aus diesem Plug-in-Hybrid-Antrieb. Und wenn ich jetzt bei nicht ganz 70 mal durchdrehte, merkt ihr, er schaltet kurz. Und dann schiebt er sehr ordentlich vorwärts. Das macht er wirklich gut. Außerdem bietet er ein Fahrwerk, das mir auch ein etwas zügigeres Fahren selbst im Normalfahrmodus erlaubt. Eine Lenkung, die schön direkt ist. Und damit fühle ich mich grundsätzlich schon mal gut aufgehoben. Ich habe ein Auto, das einfach auch Vertrauen schafft. Aber ich habe dennoch die Möglichkeit, aus unterschiedlichen Fahrmodi zu wählen. Und das geht am Lenkrad. Ich könnte umschalten auf den Sportmodus oder auf den Cupra-Modus. Und wenn ich jetzt mal Gas gebe, dann geht er nicht nur besser vorwärts, sondern wir hören auch, da kommt noch mal ein Sound dazu. Der ist leider künstlich. Aber irgendwie muss ich sagen, gefällt er mir dann doch, weil er diese Sportlichkeit des Autos noch mal hervorhebt. Und was dabei wichtig ist, wir können bei uns sehen, dass unsere Fahrbatterie eine Restreichweite von 0 km zeigt. Aber wir haben diese Boost-Einheit da unten, die uns eben anzeigt, ob wir noch boosten können. Und wie ihr seht, geht das mit dem Boosten ganz hervorragend, auch wenn die Batterie nicht mehr voll ist. Und man kann mit diesem Terramar wirklich richtig schön Kurven räubern, kann ihn einfach mal vernünftig, sportlich fahren. Allerdings muss ich dazu sagen, es ist sicherlich nicht das sportlichste Modell von Cupra. Nichtsdestotrotz, fürs flotte Fahren hat er auf jeden Fall mehr als genug an Bord. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, hier noch andere Fahrmodi zu wählen. Zum Beispiel einen personalisierten, wo ihr ein bisschen Dinge so justieren könnt, wie ihr das gerne möchtet. Oder aber eben dann wieder den Normalfahrmodus. Und den habe ich die meiste Zeit genutzt und habe überhaupt nichts vermisst. Was übrigens auch noch wichtig ist bei dem Fahrzeug, der Spurhalteassistent hier an Bord. Der macht einen richtig guten Job, den braucht ihr überhaupt nicht abzuschalten. Der stört beim normalen Fahren überhaupt nicht. Habe ich während meiner ganzen Fahrt nicht eine einzige Situation gehabt, wo ich gesagt hätte, jetzt hätte ich ihn gerne lieber deaktiviert. Das macht wirklich alles richtig Spaß. Und das Auto bietet im Bereich Fahren einfach ein schönes Paket. Was haltet ihr denn eigentlich von der Idee, ein Cupra mit Plug-in-Hybrid-Antrieb? Ist das was, was für euch passt? Oder sagt ihr, nee, ich finde Cupra sollte Benziner haben und sonst nichts? Schreibt doch mal einen Kommentar, damit wir alle wissen, wie ihr zum Thema Plug-in-Hybrid und Cupra steht. Die Fahrbatterie unseres Plug-in-Hybrid-Antriebs, die gibt Cupra an mit einer Kapazität von 19,7 Kilowattstunden netto und sagt, dass das Fahrzeug damit über 100 Kilometer rein elektrisch fahren soll. Geladen werden kann das Ganze hier und das geht zum einen mit Wechselstrom. Hier wird eine maximale Ladeleistung von bis zu 11 kW angegeben und damit sollen wir an einem entsprechenden Ladesystem in rund zweieinhalb Stunden einmal komplett nachladen können. Schneller geht es mit Gleichstrom, denn er bietet auch eine Schnellladefunktion. Hier werden bis zu 50 kW Ladeleistung versprochen und damit sollen wir aufladen können von 10 auf 80 Prozent in 26 Minuten. Das Platzangebot hier vorne im Auto, das ist völlig okay auch für größere Fahrer wie mich. Ich bin 1,95 Meter lang, ich sitze aufrecht im Fahrzeug. Wie ihr sehen könnt, ich habe über dem Kopf noch ein bisschen Platz. Wir haben allerdings auch kein Panorama-Glasdach an Bord, was natürlich dafür sorgt, dass wir ein bisschen mehr Kopfraum haben. Nichtsdestotrotz, ich habe genug Platz um die Schultern, ich habe genug Platz für die Beine und ich kann auch das Lenkrad wirklich vernünftig einstellen und damit fühle ich mich hier im Auto grundsätzlich schon mal wirklich gut aufgehoben. Der Sitz hier am Fahrzeug, der bietet wirklich sehr viel Komfort und der bietet im Grunde genommen genug Seitenhalt. Es sei denn, ihr wollt dynamisch fahren, dann dürfte es gerne ein bisschen mehr sein. Zumindest, wenn man von einem Cupra spricht, sollte man die Möglichkeit haben, einen anderen Sitz zu bestellen, was aktuell leider nicht möglich ist. Nichtsdestotrotz, wie viel Platz das Fahrzeug auf der Rückbank bietet, wenn jemand wie ich hier vorne sitzt, das schauen wir uns gleich separat nochmal an. Jetzt interessiert mich aber wirklich, wie viel Platz habe ich eigentlich hinter mir? Ich habe meinen Sitz natürlich nicht verstellt. So richtig großzügig sieht das gar nicht aus. Mal gucken. Und wie wir sehen können, so richtig großzügig ist das gar nicht. Ich passe so gerade eben hinter den Sitz mit meinen Knien. Das ist aber relativ hart hier und damit nicht super bequem. Für die Füße habe ich ausreichend Platz, das funktioniert und für den Kopf habe ich auch genug Raum. Also an der Länge des Oberkörpers liegt es nicht, aber tatsächlich bei den Knien wird es knapp, wenn jemand wie ich vorne sitzt. Aber ich denke, für jemand 1,80, 1,85 großes geht das locker und von daher ist es definitiv alltagstauglich. Immer mit an Bord im Cupra Terramar sind unter anderem ein Spurhalteassistent, eine Müdigkeitserkennung, eine Berganfahrhilfe, natürlich ein Notbremssystem, aber zum Beispiel auch die Einparkhilfe vorne und hinten, ein Tempomat, eine Rückfahrkamera oder die Verkehrszeichenerkennung gehören hier zum Basisumfang. Man kann natürlich mehr bekommen und das sind ja Dinge wie zum Beispiel ein adaptiver Tempomat. Es gibt den Spurhalteassistenten Plus, es gibt zum Beispiel aber auch den sogenannten Travel Assist inklusive Autobahnassistenten und es gibt hier für das Fahrzeug auch das sogenannte Trainparken oder aber auch die aktive Unterstützung beim Parken, wo das Fahrzeug tatsächlich von alleine einparkt, wenn ihr den entsprechenden Knopf neben einer Parklücke drückt. Und somit habt ihr hier im Fahrzeug die Möglichkeit in der Basis schon sehr ordentlich ausgestattet unterwegs zu sein, allerdings könnt ihr natürlich gegen entsprechenden Aufpreis das Ganze nochmal aufwerten und den Wagen damit nochmals deutlich komfortabler, aber eben auch nochmals sicherer machen. Wir fahren jetzt mit unserem Fahrzeug mal auf die Autobahn, um zu schauen, wie es sich hier verhält. Es geht natürlich zum einen um das Thema Ruhe und Komfort, aber zum anderen vor allem um das Thema Assistenz und Sicherheitssysteme und wir machen jetzt einfach mal den Tempomaten an und sagen, okay, komm, wir möchten gerne 120 Kilometer pro Stunde fahren, das dürfen wir hier, müssen wir feststellen. Er macht es gut, er erkennt den Wagen vor uns, wird langsamer, das funktioniert, wenn ich Blinker setze, dann fährt er rüber und beschleunigt jetzt sanft, so dass wir auf unsere eingestellte Geschwindigkeit kommen. Also auch das macht er wirklich ordentlich. Jetzt interessiert mich noch das Thema Spurführung. Wenn ich da mal das Lenkrad loslasse, stelle ich fest, der Wagen funktioniert hier auch wirklich gut, er fährt sauber, er sagt mir, jetzt soll die Hände ans Lenkrad tun. Wir wechseln nochmal nach rechts und lassen ihn dann jetzt mal diese Autobahnkurve zu Ende fahren. Auch das funktioniert wirklich gut. Also von daher kein Grund, sich zu beschweren, wenn wir über das Thema Assistenz und Sicherheitssysteme auf der Autobahn sprechen. Außerdem will wir feststellen, der Wagen ist ruhig, obwohl der Untergrund nicht wirklich ideal ist und komfortabel ist er auch. Das Fahrwerk schluckt die ganzen Unebenheiten, wirklich ein Platz, an dem man sich wohlfühlt und wo man gerne auch mal eine längere Strecke im Fahrzeug verbringt, denn das ist wirklich ein entspanntes Fahren. Das maximale Kofferraumvolumen für unseren Plug-in-Hybrid, das wird von Cupra angegeben mit 450 Litern maximal bei aufgestellter Rückbank. Ihr könnt diese Rücksitze natürlich komplett umklappen. Das ist hier geteilt möglich und das auch im Verhältnis 40-20-40, was es super flexibel macht. Ihr könnt außerdem die Rücksitzbank verschieben, um zu entscheiden, ob ihr mehr Ladevolumen haben wollt oder mehr Platz für die Passagiere im Fond. Was wir leider noch nicht haben, ist eine Angabe seitens des Herstellers für das Volumen, das entsteht, wenn ihr komplett umklappt. Das würden wir im Zweifelsfall im Text nachreichen. Nichtsdestotrotz haben wir, wenn wir uns den Kofferraum anschauen, einen Ladeboden, den wir anheben können. Und da stellen wir bei uns fest, da ist nicht wirklich viel Platz, denn da ist unter anderem die Batterie des Plug-in-Hybrids untergebracht. Das würde bei einem Benziner völlig anders aussehen und deswegen habt ihr bei einem Benziner auch ein maximal angegebenes Ladevolumen mit aufgestellter Rückbank von bis zu 540 Litern. Außerdem habt ihr dort dann auch den variablen Ladeboden, den ihr nutzen könnt. Wenn wir uns den Kofferraum nochmal anschauen, stellen wir außerdem fest, wir haben hier einen fast ebenen Übergang von der Ladekante zum Ladeboden. Und wir haben außerdem rechts und links nochmal kleine Staufächer, wo wir zusätzlich Dinge unterbringen können. Wer möchte, kann mit dem Fahrzeug einen Anhänger ziehen. Die maximal gebremste Anhängerlast, die gibt Cupra an für unser Fahrzeug. Mit bis zu 2 Tonnen, die maximale Stützlast beträgt hier laut Datenblatt bis zu 80 Kilogramm. In den Türen hier vorne auf der Fahrer- und Beifahrerseite finde ich normal dimensionierte Ablagen. Da passt auf jeden Fall das Nötigste hinein. Schaue ich in die Mittelkonsole, da gibt es im vorderen Bereich ein schräges Fach. Da ist das induktive Laden untergebracht. Darüber finde ich zwei USB-Anschlüsse. Gehe ich ein Stück nach hinten, dann gibt es hier zwei Becherhalter und auf der linken Seite dann nochmal ein kleines Ablagefach. Dann kommt die Mittelarmlehne. Die kann ich zwar nicht verstellen, aber ich kann sie aufklappen. Und darunter finde ich dann nochmal ein vernünftiges Ablagefach. Allerdings ist das relativ tief und da kommt man nicht so einfach dran. Das ist eher etwas, das man im Stand machen sollte. Da gibt es hier vorne noch ein normal dimensioniertes Handschuhfach. Und auf der Rückbank, da finde ich neben den Sitzen kleine Ablagen. Ich finde in den Türen natürlich Ablagefächer. Und dann gibt es noch Becherhalter in der runterklappbaren Mittelarmlehne. Und für die Passagiere im Fond zudem zwei USB-Anschlüsse auf der Rückseite meiner Mittelkonsole. Wenn ihr euch für ein Cupra Terramar interessieren solltet, dann müsst ihr aktuell mindestens rund 43.000 Euro einplanen. Dafür gibt es die Basisvariante mit dem 1,5 Liter ETSI mit 150 PS. Soll es lieber ein VZ sein, zum Beispiel mit dem 2 Liter Benziner, dann mit bis zu 265 PS und Allrad. Dann müsst ihr deutlich mehr einplanen, denn der startet tatsächlich erst ab rund 55.800 Euro. Unserer hier als Plug-in-Hybrid ist noch ein bisschen teurer. Da habt ihr dann allerdings auch 272 PS Systemleistung und könnt weite Strecken elektrisch fahren. Aber er startet tatsächlich erst bei rund 56.300 Euro. Von dem großen Benziner und dem Plug-in-Hybrid gibt es übrigens auch noch eine sogenannte America's Cup Edition. Die ist allerdings limitiert, ist jedoch jeweils rund 3.000 Euro teurer als das entsprechende Basismodell. Zum Ende unserer Fahrt schauen wir uns jetzt nochmal das Thema Verbrauch an. Wenn wir uns erinnern, 0,4 bis 0,5 Liter ist das, was im Datenblatt steht, aber immer plus 17,6 bis 19 Kilowattstunden je 100 gefahrene Kilometer. Und beim Blick ins Cockpit sehe ich jetzt, wir sind rund 300 Kilometer gefahren und das Auto zeigt mir an, 5,5 Liter je 100 gefahrene Kilometer. Ich finde, der Wert ist völlig in Ordnung, zumal wir während unserer Probefahrt auch mal ein bisschen flotter unterwegs waren und nicht immer nur ruhig gefahren sind. Es ist warm, die Klimaanlage läuft die ganze Zeit und ich finde, das ist für so ein SUV ein wirklich vernünftiger Wert. Wichtig ist, diese Werte sind abgelesen und nicht gemessen. Aber was mich viel mehr interessiert ist, was haltet ihr von diesem Verbrauch? Ist das was, wo ihr sagt, für ein Plug-in-Hybrid ist das okay als SUV oder sagt ihr, ein modernes Fahrzeug mit dieser Technik an Bord muss einfach sparsamer sein? Schreibt doch mal einen Kommentar, damit wir alle wissen, was ihr vom Verbrauch unseres Terramar so haltet. Das war der ADAC-Fahrbericht zum neuen Cupra Terramar und ich finde, dass dieses Fahrzeug die Markenwerte von Cupra super repräsentiert, denn von außen haben wir ein Auto, das fällt auf. Das ist ein bisschen sportlicher und wenn wir reinschauen, haben wir eine schöne Fahrerorientierung. Wir haben insgesamt einen sehr stylischen Innenraum und auch vernünftige Platzverhältnisse. Außerdem macht das Fahren mit dem Wagen wirklich Spaß, denn auf der einen Seite bietet er viel Komfort, bietet auch hier bei uns zum Beispiel die Möglichkeit, längere Strecken elektrisch zu fahren. Und ihr habt trotzdem die Möglichkeit, typisch für einen Cupra auch mal dynamischer, richtig Spaß mit dem Wagen zu haben. Einziger Einstiegspreis mit über 40.000 Euro könnte den einen oder anderen abschrecken, aber auch das ist eben die Welt von Cupra. Und deswegen mein Tipp, sucht ihr ein sportliches SUV, das aus der Masse hervorsticht, dann fahrt den Terramar auf jeden Fall mal Probe. Mich würde es sehr freuen, wenn euch das Format gefällt. Wenn das so ist, lasst gerne ein Abo und oder ein Like da und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, denn dann sehen wir uns bald wieder beim nächsten ADAC-Fahrbericht. Habt ihr noch Fragen zum Fahrzeug? Schreibt bitte einfach einen Kommentar oder schaut euch um auf adac.de, denn da gibt es Infos zu fast allen Fahrzeugen.